Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir haben heute noch den neuen Track von Milano. Ich hab's versucht, aber Jungs, hey, meine Stimme ist nicht gemacht. Meine Stimme ist nicht für sowas gemacht. Meine Stimme ist echt, nein, sorry. Aber wir haben den neuen Track von Milano, Leute. Er heißt, ich weiß, produziert das Ganze von Nikolai. Und ich freue mich sehr drauf, unter anderem, weil wieder eine wunderbare Person, habe ich zumindest aus dem Thumbnail entnommen, im Musikvideo mitgewirkt hat. Wir werden gleich erstmal gucken, welche Person es ist. Und gucken, ob sie mit Instagram verlinkt ist. Spaß, Jungs, I'm joking. Aber, ich freue mich wirklich sehr drauf, Milano. Ihr wisst, ich habe in 80% Fällen keine Ahnung, was er mir sagen will. Aber das, was er mir sagen will, mag ich sehr gerne, ja. Ich kann absolut kein Französisch machen. Ich hatte zwei Jahre Spanisch und kann drei Sätze auf Spanisch. Die helfen mir hier aber relativ wenig, würde ich denken. Wir schauen mal rein vorhin. Das Ganze ist bei Sinan auf dem Kanal hochgeladen worden. Das ist, oh, da steht da drin. Ist das, kann ich, oh. Darf ich das, ist das, ist ein YouTuber? Link. Oh, nee, ist ein Instagram-Link. Warte, ich muss gucken, ob irgendwie nackte Haut zu sehen ist. Hm. Ja, das wird sich gemerkt später. Ähm, Spaß, Jungs. Äh, das Video ist von Shurik und Marke Champagne, Bruder. Kuss an Marc, wirklich Marc, einer der korrektesten Jungs, die ich kenne. Oder die ich jetzt in den letzten, was soll ich sagen, ähm, letzten Monaten kennengelernt habe irgendwie. Ähm, Artwork ist auch von Marke Champagne. Und produziert von Nikolai. Mixer-Master von Chica. Und Freunde, ich würde sagen, wir hören jetzt hinein. Link zum Beispiel in der Beschreibung. Lasst doch mal einen Kuss dort, da einen Aufruf, einen Kommentar, einen Like, um das in den Trends ein bisschen nach oben zu pushen. Und let's go. Darauf habe ich doch gewartet, Mann. Aber eins zu eins, so wie ich es eben vorgebracht habe. Oder seid ehrlich, macht mal jetzt keine Faxen, Jungs. Das war eins zu eins, wie ich es vorgebracht habe. Hm. Boah, Sinan, Sinan auch schöner, Mann. Sinan auch schöner, Mann, irgendwie. Wie seine Augen, Bruder. Hm. Ein bisschen verliebt bin ich auch an Sinan. Ich bin ehrlich, Jungs. Oh, Bruder. Wo kommt diese Stimme her, Digga? Die kommt ja von ganz unten. Die kommt aus dem kleinen C gefühlt. Hey. Ach, Digga, süß, die beiden, Mann. Er ist auch ein süßer. Ich weiß nicht, wer alt er ist. Er ist so eine Mischung aus 16 und 36 gefühlt manchmal. Aber er ist echt süß, Mann. Ey, Richard, wenn er so auf Französisch float einfach, es ist so angenehm zum Zuhören. Ich verstehe halt echt gar kein Wort außer Maria gerade. Ist das Maria? Keine Ahnung, weil ich würde es gerne wissen. Aber es ist einfach angenehm ihm zuzuhören. Er ist einfach angenehm ihm zuzuhören. Ich bin auf der Straße. Ich komme, wo ich bleibe. Ich weiß, mein Liebe, ich bin nicht beschädig. Ich bin auf den Weg, im Weg, im Weg. Ey, das sieht auch so nice aus, dieses Szenerie hier einfach. Wie viel solche simplen LED-Leuchten ausmachen können. Das denkt man gar nicht, aber das ist krass. Engelsstimme, Bruder, Engelsstimme. Er ist auch ein Engel. Es ist eigentlich ein Geheimnis, aber er ist ein Engel. Wissen viele nicht. Bruder, lass sie nicht gehen. Schnapp sie dir wie ein Pokémon, Bruder. Meisterball. Meisterball hat nicht gefunkt, sie ist geflüchtet, Digga. Bruder. Aber schöner Song vom Ehrenbruder Milano, Mann. Komm, wir geben uns noch einmal ganz kurz, warte, damit ihr wisst, was ich hören will. Einmal noch, Jungs. Ich sag es so oft du willst, Bruder. Ruf mich an, ich sag es dir. Ich sag es dir einfach, ja. Nice, Mann. Meister Song, Alter. Meister Song vom Ehrenbruder Milano, Alter. Wie gesagt, ich hab nicht viel verstanden. Man kann sich ungefähr aus dem Musikvideo denken und aus der Hook, worum es geht. Aber der Bruder ist einfach ein geborener Sänger. Wenn man so eine Stimme hat, Bruder. Und wirklich, wenn er auf Französisch anfängt zu flowen. Das ist auch kein Joke, Alter. Dann ist er wirklich noch bad. Also, ich würde gerne mal einen Song haben, der nur auf Französisch ist, wo er richtig flext. Weil er kann auch mehr, glaube ich, flowtechnisch. Er kann richtig flexen, so. Das würde mich mal interessieren. Wäre nice. Aber ansonsten, ey. Ich freue mich wirklich, dass die Jungs sich alle so gefunden haben und dass sie alle ihr Ding machen, ja. Und das supporte ich gerne. Weil der Junge, Mann. Ich weiß wirklich nicht, wie so etwas existieren kann mit so einer Stimme. Aber die ist echt einzigartig. Und, ähm. Ja, Mann. Korrekt. Korrekter Song. Freunde. Ich würde sagen, fände es euch auch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben. Da schreibt mir eure Meinung zu diesem wunderbaren Song in die Kommentare. Und, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren wunderbaren Video von der Web Fresh, so wie immer. Und, ciao.